Renate weißt du das nicht? Ne, da geht's kaputt. Ach so witz, so eine Kaffe darf man. Boah, Mann. So kurz vorm Abriss. Guck mal, da eben auch. Tja, warte noch mal, mit von Hugy da eben mal. Schön ist er. So, tschö, Domke. Ja, tschau. Ja, das ist auch noch rein zu Hause. Gerade auch heute Morgen war ich nochmal oben. Oben, warte.